Hallihallöchen und herzlich willkommen bei Rainbow Sexy mit dabei, der Dadoch, der Kaputzenwurm, der Dadoch und der Sexy Waxi. Hallo, hast du doch überhaupt irgendwo den Nickname Waxi, dieser Sexy Waxi? Hast du den Endo? Sexy Waxi, auf Tinder heißt es so. Ich weiß noch, ich habe damals... Auf Grinder meinst du? Auf Tinder oder auf Grinder? Ich weiß mehr wie ich hieß, aber Dadoch und Dadoch haben gesagt, ich soll mich umbenennen, habe ich mich in Sexy Waxi umbenannt. Ja, aber wir haben dir nicht gesagt, dass du dich in Sexy Waxi bist. Kann mich noch erreden, dann ja. Wechsel ich mal gepickt. Random für Wechsel. Da kann ich Speicherplatz freimachen. Speicherplatz freimachen. Speicherplatz in 2019. Hey, da macht der Maxi Maverick. Maverick, Waxi. Ich finde das riesig. Hast den Birch an? Guten Birch. Willkommen in meinem Lebensstil. Waxi, der alle Maverick. Tür war Logan Pauler, dann ist er gewächst. So, dann gucken wir doch mal. Oben, unten. Oh, ne, brauche ich nicht mehr. Unten. Großraumbüro. Großraumbüro. Also, oh wer. Open Office. Er hat mich die raus. Schuh dem Bam, was ich rege, den mache ich nur am liebsten. Was? Echt zu offen. Echo. Echt zu offen. 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 Echt rausgeschossen, oder? Du geh mal hin. Achtung. Bam. Wir drogen schon. Enemy detected outside. Da war direkt jemand raus. Aber hinten. Bevor ich weiter rausgekommen habe. Ist Dados' Charakter weiblich, oder? Ich nehme Dados' Charakter weiblich oder männlich? Hä? Welcher mein er? Weiblich? Bist du Ying? Okay, erstmal. Ja, Ying ist doch weiblich, das weiß man. Das sieht man doch. Äh. Ja, ich wusste nicht, dass es jüng ist. Ja, Young oder was? Ja, nein. Ey, der spielt so viel asiatische Charakter. Young MC ist der beste Old MC seiner Zeit. So. Sieht gut aus hier unten. Sieht auch gut aus von hinten. Ich werd ja auch mal mit Känner, die auf jeden Fall nicht sind. Moment, ich kann mich... Moment. Warum sollte denn jetzt gerade wer move'n? Okay, verliegst, was ich gesagt habe. Oh mein Gott. Verliegst, was ich gesagt habe. Verliegst, was ich gesagt habe. Warum soll der grad move'n? Der macht einfach den Dax. Cool. Pass auf, da eine Streppe oben ist gefährlich, ja? Bin ich selber von oben runter. Und, äh, ja. Das ist auf jeden Fall die Kamera zum Schießen. Da sind zwei Buben drin. Sehr gut. Ja, den Dorn musst du rausziehen. Wie denn? Mit F, glaub ich. Ansonsten heißt es für dich F, wenn du's nicht tust. Oh, 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 oh. Einer will da auf jeden Fall nach oben sein. Hinter dir! Oh! Oh Gott, oh mein Gott. Die Kamera schießt auf dich. Ach, die Kamera. Hiiii. Oben sind keine Fußspuren. Können wir das hier sprengen? Hier in zwei, haben wir was zum Raum aufmachen? Ich hab'n Hammer. Ja, hier oben. Ich hab'n Hammer. Da und da. Boden oder was? Ich wurde von dem Raum da erschossen. Wo war's? Willst du auch das hier oben? Achtung. Warte, warte. Danke, Darosch. Einer baut. Das sind Fußspuren, rote. Ist egal, ich bin in der Flash Parade. Konnten alle rein. Äh, in dem hinten, in dem kleinen Mini-Room. Ja, 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 ja. Links von dir, Maxi. Maxi, links, 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 links. Ich scanne, ich scanne, ich scanne, ich scanne, ich scanne an. Ich hab'n Gas, ja. Schön. Ja, sehr gut. Ich stand erst mal und hab'n gechattet. Die, die Flashbangs von jeden, ey. Die sind viel zu übertrieben. Äh, was macht da oben? Wer hat eigentlich versucht, dagegen diese Mauer, durch die Mauer da zu schießen, wo man nicht durchschießen kann. Geht das nicht? Ne, das ist eine Mauer, die geht nicht. Haben wir sicher? Weil da so Holz davor war, dachte ich, man konnte durchschießen. Ja, ja, aber das ist, das ist Stein dahinter. Ah, okay, okay. Ja, aber ich hab'n, ich hab'n dahinter gesehen. Ja, ja. Hast du ihn gesehen oder nicht? Ja, meine, meine Zauberbrille hat mir das gesagt, ne? Also, ich weiß nicht, ob ich, ob's einfach Races oder Liesch und schaut die ganze Zeit so, als ob er sich nicht sicher ist, was er von euch halten soll. Also, wer versteht, was ich meine? Der, der Liesch, oh? Der ist so, der hat übel, der misstrauische Blick. Das kann auch nur in seinen Augen liegen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Pfff. Also. Alle erleichtern misstrauisch, finde ich. Findest du? Das ist eine Spezialeinheit, eben. Das ist deren Job. Misstrauisch zu gucken. Misstrauisch zu gucken. So, jetzt gibt's ja mal Westen, gell? Und wächst bei dir in der Schultertasche ein Sneakers drin in der Brusttasche, ja? Die Brusttasche? Die Brusttasche? Ein Sneakers. Oh, ein Sneakers drin. Ja, kannst du ja jetzt für dich, gell? Nur damit sie es weißt. Ich bin hier mal so eine Frostfalle hin. Kannst ja die Schokolade runternehmen. Jawohl. Wolle einfach nur an der Nuss lutschen. Ja. Ist jetzt Stepperzeit. 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 Achtung, ich komm den Drone rein, Max. Das ist mir doch egal. Bin ich. Braucht keiner. Oh Gott. Ihr könnt nicht durch die Frostfallen laufen, oder? Kann ich überall hin machen? Doch, können wir, können wir. Also, wir können da durchlaufen, aber wir gehen können. Haben noch Wände? Ja, wir gegen den Schaden, aber wir fallen da nicht rein. Das Gefühl, dass wir von da gut beschossen werden können. Ich hab noch eine Schäle so, bitte so. Okay. Soll ich hier nicht zumuchen vielleicht? Und? Jo, Kai läuft! Scheiße, wie geht man aus der Kamera raus? Äh, 5. Komm mal die gleiche Taste. Die Kamera, äh, immer mal mittlere Maus. Und wer da? Ich bin gerade in der Kamera. Wo sind die Gegners? Draußen, draußen, da, da, da. Warte, kann man nicht pingeln in der Kamera? Aber in welche Richtung? Ich hab einen gesehen, ich hab einen gesehen beim Fenster. Ja, den sehen wir doch da. Sehen wir doch. Oh, hier ist auf. Ja. Ja, ja. Da? Oh boy. Ich bin tot, ich weiß nicht wovon. Wie kommen wir nochmal raus raus? Ja, er snipet aus 3 Kilometer Entfernung. Ich hab ihn nicht gesehen. Er hat das auch aufgemacht und dann... Ach, er hat irgendwie... Da schießt wer durch ihn? Oder bist es du da los? Bin noch ich. Seid ich du schon? Oder seid ich mit dir noch schießen? Ich hab hier zwei, hier sind zwei, da vorne. Bei Maxi direkt. Immer noch da. Nice. Ah, nice. Die beiden hab ich auch noch wo nicht angeschlossen. Beide tot, beide tot. Ja. Ich glaub ich hab auch dicht ein bisschen abgeschossen, aber schon okay. Achso. Hab ich nicht gesehen, dass du mal weiter mir weißt. Einer war halt auf jeden Fall draußen, einmal der Sniper. Durch das Fenster wird er nicht reinkommen. Unten, unten in der Lobby. Da hat markiert. Da, da, da du hier bei uns sitzt. Tür geht auf. Hab ihn fast, hab ihn fast. Nice, gute Arbeit. Noch ein Glas, aufpassen. Oben, oben, oben. Da wo die anderen beiden auch gestorben sind. Der ist jetzt weiter links gelaufen. Links von dir wächst. Ja, da. Wuuu. Granate kam da, glaub ich, rein gerade. Ja, ja. Hier, hier, hier. Ja, ja, hier mit mir, hier mit mir, hier mit mir. Ja, sehr schön. Was für eine einwandfreie Arbeit. Patsch, patsch. Das ist mal, da seh ich. Oh, da fliegt was rein. Oh, Moment. Hallo. Da, der hat aber auch gut vorbeigeworfen. Hab ich gesehen, reagiert, eliminiert. Das ist mein Motto. Gesehen, reagiert, eliminiert. Was trubiert. Ja, da war, ne. Gesehen. Weil auf den Kill, ja. Kann man schon. Hübsch. Hübsch. Das, ja. Herr Glatz. Hör mal keine Schutzausrüstung an, Herr Kart. Wollte ich nicht. Ich bin ja Scharfschütze. Helm. Wollte grad sagen, wenn er Schutzausrüstung braucht, haben wir versagt. Ja, aber er ist sicher, ist sicher. Ja? Ja, aber ich muss da ja tagelang rumliegen. Ja, sicher. Tagelang. Tagelang. Oh. Ist das dein Camper? Das gehört dazu. Du hast eigentlich ja nur einen Schuss. Ja. Ähm, wenn's der goldene war, ist vorbei. Hahaha. Na drogenwitz. Na drogenwitz. Da oben, gell? Im Normalfall, wenn du als Scharfschütze eine Mission hast, dann hast du eine Kugel, bevor jeder weiß, wo du bist. Ja, ja. Einer ist oben, der hat mich getüttelt. Außer du hast deine Sands. Ah, da wollen die Plays machen, Herr Dalu Kart. Hahaha. Dalu, ey. Doch, eine Etage war ich jetzt aber höher. Nein, 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 nein. Oh. Wir drin. So, wir machen da auf, oben Fenster und dann kann man direkt durchsehen. Ich zeige euch das jetzt, ja. So, da aufmachen und dann kann man direkt durchschauen, ja. Aber warum wollt ihr denn da rein? Boah, ich hab eine richtig gute Position. Da will ich da rein. Aber einer war oben. Mirror war oben. Ich seh, oh ja, ich seh Fußspuren hier unten. Aha. Ja, ja. Auf der Treppe, auf der Treppe. Auf der Treppe schaust der. Er ist tot. Auf der Treppe ist tot. Aha. Ich hab ihn gesehen. Ich hab ihn auch gespürt. Da waren kurz die Kopfschmerzen. Kann irgendjemand heilen? Irgendwo muss ne Kamera sein. Wer ist mit der da? Wir waren noch auf der offenen Straße, ey. Kann mir niemand heilen? Ne, von uns kann niemand heilen. Kann ich ihn in den Himmel holen? Kameras habt ja auch. Scheiße. Meine Drohne ist down. Was? Das ist ja frech. Das war ein übeles gute Placement. Anscheinend ja nicht. Da hat niemand was gemerkt. Ich wurde entdeckt. Muss hier in die Kamera. Mutti. Und einer der decken da. Eine Tage über dir wahrscheinlich. Ja, da ist sie. Wardo, jetzt kill mal wem. Ich wurde gefeilt. Ich hab ihn nicht abheben. Schnell rausziehen. Ich wurde schon wieder gefeilt. Wie werde ich gefeilt? Wo kommt denn das her? Ja, ich stelle die ganze Zeit rein. Kommt jetzt die Treppe runter? Die Treppe. Fabi. Ja, da wurden dann einfach mal dreist. Einmal insgebracht, ey. Ich wurde voll gefeilt. Von wem denn? Ey, die ist wieder in so ne Dingens gelaufen. In ne Nadel. Ja, das war ja auch sehr. So, jetzt die geile Animation, ja. Wow. Hast du da eine Hand, ey? Eine Granate? Und wo wir... What? Ja, wow. Wow. Oh mein Gott. Was ist das für die? Und dann flinkert er noch zu. Wie viel hast du dafür gezahlt? Den kostest du bestimmt wieder 15 Euro. Wow. Wow. Das war aber super. Ich bin da mit 50. Die war schon nice. Die ist halt super übertrieben. Backfly, du bist dran. Ja, Leute. Dann bedanke ich mich für's Zusehen. Schaltet bei den ganzen anderen Kanälen auch vorbei. Ne? Gibt's auch Videos zu sehen. Ja, genau. Ein paar, außer bei Kapuze. Der macht irgendwie nichts. Einmal die Schnauze. Bei mir. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.